Wir machen 3, 2, 1, JETZT! Du musst eigentlich auch fast senkrecht runtergehen, weil du fliegst dann eh noch nach vorne. Jaja. Kann man jemand verraten, warum ich angeblich ein Ding ins Unter mir hätte? Ein Hügel hat er mir angezeigt. Huiiiiui. Hab ich jetzt wieder nen Bugmarker? Ne, hab ich nicht. Ne, hab ich nicht. Sehr schön. Okay. Okay, hier ist nur ein bisschen Party hinter uns. Und lassen sich welche an Rust. Oh fuck. Hier sind viele. Irgendwelche sind also schon an Rust. Bitte lass mich landen, bevor er eine Waffe findet. Moment mal, wenn du da drin bist, ich nehme mir den Tower vor, der hier auf dem Ding ins steht. Weil, da hab ich bisschen mehr Überblick, ob hier irgendjemand hingerannt kommt. Oh, da ist schon einer. Äh, nevermind. Jetzt hab ich hier nicht gesehen, dass da einer gelandet wäre, aber der ist halt schon dort. Ein komplettes Squad sogar. Oh. Sehr schön. Also zwei Leute. Einmal Smokes. Von mir. Ich hab ne M16 übrigens. Ich hab nur ein paar. Ich hab Rucksack. Ich nicht. Hier ist noch ne 1er Weste bei mir. Ich hab auch einer. Ich hab sogar ne Bratwanne. Die Bratwanne hat mir gar nichts gebracht. Die hatte ich gerade. So, das waren Nashbacksen. Im Süden, wie gesagt, sind welche, ne? Hier ist nur ne Schrotflinte. Hast du irgendwas verschont? Ich hab einen Schrotflinte. Und um. Okay. Klar kommt mein Schrotflinte nach. Mach ich auch. Hier laufen welche, Ben. Da muss ich in deine Richtung kommen. Ja. Hier ist einer. Bei mir. Ich komm zu. Der ist jetzt zwischen uns. Oh. Zwei Schrotflintenschüsse. Was hat denn der von? Da kommt der nächste. Ab ihn. Der ist instant tot gewesen. Der hatte übrigens ordentlich Loot. So. Hat der einen Rucksack? Au. Hier ist einer. Bei mir. Oh genau. Ich weiß nicht von wo. Ich wurde grad beschossen. Ich weiß nicht von wo. Ich könnte ausklangen. Aber ich weiß nicht. Wenn er dich dann rusht, dann bist du tot. Oder? Hab ich ihn grad gesehen. Komm mal zu dir. Komm mal zu dir. Painkiller hat er hier noch. Ein Extended Mag. Ja. Ich kann das alles nicht aufnehmen. Weil ich kein Dings habe. Kein Rucksack? Nee. Nehm ich mir jetzt einfach mal mit. Er kann halt schon hier irgendwo außen sein. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Keine Ahnung. Ich hab mal ne scheiß M16 nachladen. Sehr günstig. Oh wow. Ja für die hab ich nur 30 Jus. Ich hab mehr. Ich könnte welche abgeben. Äh ich hab keinen Rucksack. Immer noch nicht. Wenn du nachgeladen hast, kann ich dir nochmal 30 geben. In dem Moment brauchst du nämlich weniger Platz. Da musst du jetzt aber aufpassen, dass hier niemand kommt. Ja. Ich guck mal in alle Richtungen. Mhm. Achso. So gut für alle. Ja drop. Ich hab einen laufen. Ich bin grad gelaufen. Nein bleib stehen. Ja die laufen hier Ben. Ja vor dir. Ich hab den zweiten. Nice. Ich muss aber jetzt heilen. Warte da. Hier ist noch ne AKM dabei. Ein Backpack Level 2. Ich hab 2er Backpack. Dann nehm ich die AKM. Ja komm. Wir haben ja schon 2 Squats zerlegt. Mhm. Und beide 2 Kills. Also. Nicht schlecht würde ich sagen. Wir müssen aber jetzt ein bisschen nach Norden. Boah ich dachte du wärst das. Fuck. Warte ich wär das? Warum ich? Nee ich dachte das wär ein Gegner so rum. Brain. Dead. Brain is dead. Ähm. Ich wollt nur grad hier. Durchgucken. Aber die sind noch mehr gestorben. Wahrscheinlich sind noch nur wir und noch ein anderes Squad am Leben. Die hier rumlaufen. Weil so viele sind dann doch nicht mehr hier gelandet glaube ich. Ich geh nicht mal hier in die Häuser würde ich sagen. Ja. Wir hoffen dass noch was ist. Hier ist noch ne Flashbank obendrauf. Also das war grad relativ lustig. Weil der eine. Ich hab dir kaum aufgehören. Der witzige ist der erste den ich niedergeschossen hab das war der Reflexschuss aus der Schrotflinte. Ich hab mich so erschrocken dass ich mir einfach direkt eine reingedreht hab. Das war nicht absichtlich das war einfach nur. Wow Flomp. Oh. Oh. Da das. Da haben welche geschossen. Ich glaub da sind noch mehr als zwei. Äh. Könnte nicht sein. Minimal. Minimal drei. Maximal. Minimal drei. Auf jeden Fall zwei. Ich geh hinten raus. Na ich will halt so trotzdem nicht mehr contesten eigentlich. Ne ich auch nicht. Außer wir wollen jetzt schnell sterben aber eigentlich hatte ich nicht das Gefühl. Hier ist noch ne Schrotflinte mit Ammo. Halt nur wenn wir gleich noch irgendwas sehen könnten dann wär das halt ziemlich cool. Hier ist noch mal äh AKM Muni. 15 Schuss vom Revolver. Das find ich gut. 15 ist besser als nix. Jetzt hab ich 130 so ungefähr. 110, 130. Äh 120, 130. Auto. Kommt von der Military Base gefahren. Wollen wir drauf? Dieb. Kommt direkt zu mir. Ich hab einen getroffen. Loll. Die waren beide tot instant. Ne warte ich hab glaub ich auch nur den Fahrer getroffen. Ich hab drei. Ich hab jetzt dritten Kill bekommen. Ne ich hab keinen bekommen. Ich hab hier nur. Zweierscope, ein Kompensator. Ich bring's dir mit. Dreier Backpack. Police West. Jede Menge. Fünf und Sechser und sieben sechs Zweier Muni. Ja. Oh du das hier einfach. Ich lass doch den Kompensator hier liegen. Ja ja. Das Zweierscope nehm ich mir. Ob da nicht jemand kommt. Weil das war echt ung. Der hat echt Pech gehabt. Vor allem war ich noch im Bürsten oder so. Dann hab ich gar nicht mehr gedacht. Ich hab meinen Bürst drauf gezogen und hab ihn getroffen. Ach Reflexschüsse. Was mit der vier vier Dings? Ich hab jetzt über 200 Schuss. Die wollte ich jetzt liegen lassen. Muss ich ehrlich sagen. Aber der hat uns ein Auto gebracht. Wir könnten ein Auto fahren. Weißt du was Schuss? Ich hab nämlich noch ein Dings gefunden. Ein ähm. Was? Kompensator für eine Sniper rifle. Bei dem einen Typen. Und ich hab ne Skies jetzt. Und ein vierfach Scope. Hast du eine Idee wo wir hinfahren? Oder wollen wir fahren? Oder wollen wir einfach laufen? Wir sollten auf jeden Fall über die Brücke oder? Ja die Brücke ist halt nicht mehr so geil. Wegen Hinterhalt. Aber wir können es versuchen. Komm steck ein. Auf jeden Fall hab ich erst ein Zweihelwissen. Weil du ihm scheinbar in den Hals geschossen hast. Ja ich weiß auch nicht. Weil du kannst halt aufs Gesicht treffen ohne irgendwas kaputt zu machen. Bei den normalen Helmen. Also ich hab ihn auf jeden Fall auch getroffen. Aber halt wahrscheinlich dann auch so in Gesicht oder so. Und du hast jetzt zwei Kills oder was? Ich hab zwei Kills ja. Ja dann hab ich ihn gefinished wahrscheinlich einfach nur. Ja das war jetzt scheinbar dass der alleine war nur noch. Jaja der hat schon irgendjemanden verloren beim Kämpfen. Wo wirst denn du hin? Kannst du mal Karte markieren wo du hinfahren willst? Dahin. Relativ mittig. Drei, vier Häuser. Seine Verantwortung haben wir jetzt über die fucking Brücke. Okay. Und nach meiner Verantwortung kippen wir um. Hier kann man sich halt echt geil hinter die ganzen Dinger campen und kann nicht umgefahren werden. Ja. Sobald auf der Brücke geht es glaube ich sogar noch. Auf der anderen Brücke ist es schon noch schlimmer. Deutlich schlimmer. Auf der anderen Brücke ist noch gar nichts. Oder? Doch doch. Da sind auch solche Hindernisse aber da sind sogar. Da hast du einmal ein Hindernis da stehen Kisten an so einem LKW dran. Kannst ja zwischen die Kisten in den LKW stellen. Und dann über die Kisten Richtung Military Gelände gucken. Ja. Das ist richtig ekelhaft. Was ist hier nach Milter? Ja. Ich wollte hier nicht nach Milter rein. Ich wollte nur... Vorne ist noch nicht so glatt der Boden. Da wollte ich lieber nicht drüber fahren. Los auf ihr müsst ihr mich teilen. Ja. Ich bin ja schon. Nicht so schnell. Ist wie letzte. Ich gebe Mühe das nicht so Ende wie letzte Runde. Aber wenn ich es nicht sehe kann ich auch nichts dafür. Aber ich habe in letzter Zeit richtig viel Glück, dass das Kugel-Dodge-Naget mit Autos. Also wenn ich fahre, noch keiner hat eine Kugel kassiert. Obwohl er ein koppelstes anderes von drauf geschossen hat. Ich habe mich so schlapp gelacht. Tja und der hat gerade von unserem ersten Bürst fünf Kugeln gefressen gefühlt. Ja. Der junge Mann. Ich habe halt wirklich meine Heilung unterbrochen, weil er fast genau auf mich zugeschossen kam. Aber ich habe einfach angefangen zu ballern ohne was zu sagen aus Versehen. Ja, aber wir haben dann ziemlich gleichzeitig geschossen. Ja, das war was lustiges. Also beide haben die gleich gemerkt so, ach der kommt so nah auf den Chiefswehr. Darum ist die Tür offen. Weil die sind alle Türen offen. Bist du immer noch hier rein? Ja komm. Bleib da bitte stehen. Lass uns. Nicht direkt. Hier liegen noch Uzi's drin, wenn du Uzi haben willst oder 9mm immer. Und eine HE-Granate. Lass den HE-Granaten liegen. Frevler. Ja. Ah fuck, jetzt habe ich die Tür offen gelassen. Was wollte ich da? Ja, die haben 5, 5, 6er scheinbar. Oder war hier eine Bombing-Zone? Ja, aber die Türen sind offen und nicht rausgebombt. Und der liegt auch im Helm draußen. Also, ne ne. Hier war jemand. Ähm, willst du weiter? Ich weiß nicht. Also, wir könnten uns in einer der Pochinki-Feldhäuser reinhocken. Du meinst da hin? Da oder? Ja. Der wird halt schon jemand drin sein. Also die müssen wir freikämpfen. Wenn wir das jetzt machen wollen. Aber wir warten halt, wenn es sich vom Pochinki aus verschiebt. Ich glaube nicht, dass es sich zu uns verschiebt, ehrlich gesagt. Man weiß nicht. Ja, es wäre selten. Gut, dann warten wir halt die nächste Zone noch ab. Oh. Noch ist alles drin. Willst du jetzt weiter in die Mitte laufen oder nicht? Ja. Zumindest in den nächsten Häusern hier. Dahin? Dahin. Okay. Also zumindest ein Stück weiter, damit wir halt nicht wieder fünf Kilometer rennen müssen. Weißt du? Oh Gott. Ah Gott. Ahaha. Ah leck. Watchtower geh ich jetzt nicht rein gucken, ne? Auch wenn dann ein Fenster zerschossen ist. Ah! Watchtower. Und ne Watchtower, ne? Ja. Ich bin erstmal in Sicherheit. Oh, ich bin nicht in Sicherheit. Der kommt raus. Oh, ich bin nicht in Sicherheit. Wo bist denn du? Gerade so dass ich dich dicken kann aus dem Winkel. Ich habe kaum rumgekrochen, aber ich weiß nicht ob ich schnell genug bin. Oh hier ist auch der Buggy. Er kommt rum, er kommt rum, er kommt rum. Ah also schießt mich jetzt. Ich bin so schlecht gerade. Ich sage halt noch, ich gehe in den Watchtower nicht gucken. Ich habe ihn in den Kopf getroffen. Nein hast du nicht, er hat sich geduckt und dann hast du geschossen und dann ging es rüber. Oh mein Gott.